Hallo und herzlich willkommen auf OnlineAutomatenSpiele.net. Ich bin Florian und zeige euch heute, wie einfach ihr ein Konto bei Crazy Scratch eröffnen könnt, wie die erste Einzahlung funktioniert und welches Casino-Angebot euch zur Verfügung steht. Auf der Startseite findet ihr gleich einige Informationen zum Casino und ihr müsst zuerst einfach in diesen Slider irgendwo hinein klicken. Es öffnet sich daraufhin ein neues Fenster und hier können sie auf Echtgeld-Modus klicken. Hier ist es nun erstmal erforderlich, die Anwendung durchzuführen und die Nutzungsbedingungen zu bestätigen. Dafür müsst ihr mindestens 18 Jahre alt sein. Nachdem ihr im nächsten Schritt einige persönliche Daten ergänzt habt, werdet ihr auch schon in den Einzahlungsbereich weitergeleitet. Hier ist es möglich, zum Beispiel per Kreditkarte, Sofortüberweisung, aber auch PaySafeCard, ZeroPay, Skrill, Nutella und weiteren Diensten die Einzahlung durchzuführen. Der Spielbetrieb findet komplett im Browser statt und hier gibt es auch die große Auswahl von Rubbelkarten, Sofortgewinnen, aber auch Spielautomaten. Die verschiedenen Spiele werden hier jeweils angezeigt, auch nochmal in die verschiedenen Kategorien sortiert. So gibt es hier auch in den Sofortgewinn zum Beispiel noch Blackjack, Roulette und viele weitere Spielautomaten-Spiele. Ebenso gibt es hier eine eigene Kategorie mit Spielautomaten, wo man auch nochmal filtern kann nach zum Beispiel Videoslots oder auch den zuletzt gespielten einlehnenden Slots und vielem, vielem mehr. Um jetzt direkt zum Anbieter zu gelangen, genügt es nun im Video auf das Anbieter-Logo zu klicken. Falls euch das Video weitergeholfen hat, würde ich mich über einen Like freuen und damit ihr keine zukünftigen Videos und Angebote mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal gerne abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao!